E4 E5 Springer F3 Springer F6 Meine Damen und Herren, willkommen bei dem 34. Budapest International Open. Schwarz startet die Uhr. Kelvin Fournier wurde mit 14 schon Zweiter bei den französischen Meisterschaften. Entdeckt und trainiert hat ihn Victor Eggen. Der große Favorit des Turniers. Niemals wurde er bisher geschlagen. Ich hab gewonnen. Ich hab gespielt wie du. Gut kopiert. 50 Euro, dass der Meister im Schach ist, nicht schafft, dass ich komme. Du bist... Was? Ich liebe dieses Spiel! Alles fertig? Los! Ich krieg 50 Euro. Lady Gaga, wir Schachspieler verehren dich. Lass uns heute gewinnen. Amen! Kuh! Scheiße, taub bist du. Das musst du dir ansehen. Nein. Schachmatt! Ein großes Talent. Wie heißt der Junge? Max Kovac. Ich bin besser als du. Ich bin besser als du. Bist du nicht. Doch, bin ich. Dauernd suchst du nach diesem Jungen. Ist ja wie eine Obsession. Wenn du spielst, wie ich es dir sage, gewinnst du. Nein. Er ist zu stark. Victor hat gesagt, er hat's versaut. Lass mich in Ruhe, ja? Mein letzter Reim ist nicht mehr weit, führt ihr Weg sie heim nach Wunderland und dreht zurück das Rad der Zeit. Die Zeit ist ein Ehr. Er ist niemand, den du zum Feind möchtest.